Iso ist genau der Agent, den Valorant gebraucht hat in meinen Augen. Nicht nur der Trailer ist atemberaubend, sondern auch, leider muss man dazu sagen, die Leaks, die vor wenigen Minuten ans Tageslicht gekommen sind, in denen alle Fähigkeiten gezeigt wurden. Falls ihr im Vorfeld nicht die Fähigkeiten vom nächsten Duelist sehen wollt, dann empfehle ich euch, dieses Video zu beenden. Falls ihr dranbleiben wollt, was mich natürlich freuen würde, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem heutigen Spotlight zum nächsten Duelanden mit dem Namen Iso. Das, was ihr gerade eben schon sehen konntet, sind Ausschnitte vom Trailer vom eben genannten Agenten. Ich verlinke euch das gerne in der Videobeschreibung und in den Kommentaren, damit ihr euch diesen knapp dreiminütigen Trailer mal anschauen könnt, denn der hat es in sich, der erzählt die Geschichte so ein bisschen von ihm und ich muss sagen, ich habe die Musik gefühlt, die Optik und habe richtig Bock auf die Fähigkeiten bekommen. Seine Q-Fähigkeit lautet Undercut und bei dieser Fähigkeit rüstet er, ich nenne es mal eine Falle bzw. eine Energiekugel aus, die er gerade nach vorne wirft, um alle Gegner, die davon betroffen werden, fragil zu machen. Das könnt ihr dann auch hier im Brustbereich von Raze erkennen. Das heißt, sie wurde davon getroffen und ist verwundbar. Sprich, sie bekommt doppelten Schaden von allen Quellen. Das kann in einer Piss-Surround ultra stark sein, aber auch im Allgemeinen benötigst du halt einfach nur noch die Hälfte und kannst somit dem Gegner ordentlich einheizen. Das Spannende dabei ist, dass die Fähigkeit durch Kisten, Obstacles im Allgemeinen und auch sogar durch Wände durchgeht. Damit fungiert das so ein bisschen wie so ein Alarmbot von Killjoy. Finde ich super spannend, wenn wir sehen, wie gut das am Ende einzusetzen ist. Die nächste Fähigkeit ist mit C einzusetzen und sie trägt den Namen Contingency. Und da sehen wir eine Wall, die in meinen Augen nicht stärker sein könnte. Denn es scheint zumindest so, deswegen wurde hier auch eine Odin ausgerüstet, dass diese nicht zerstörbar ist. Er rüstet quasi diese Wand aus und feuert sie nach vorne. Und hier können wir wunderbar erkennen, dass nicht nur frontal eben diese Mauer hier vorhanden ist, sondern auch diese Abrundung nach rechts und nach links eben zu sehen ist. Sprich, wie können Leute einfach hinter dieser Wall oder mit dieser Wall mitlaufen? Das wird wahrscheinlich auch exakt dasselbe Lauftempo sein, beziehungsweise Bewegungsgeschwindigkeit, wie auch wenn ein Agent auf dich zuläuft. Die geht dann quasi durch dich durch und dann kannst du danach wieder auf Gegner feuern. Aber solange die auf dich zukommt, bist du nur in der Lage, nach links oder rechts auszuweichen, um hoffentlich noch den richtigen Winkel zu bekommen. Ich finde die Fähigkeit unfassbar stark, um vor allem auch Choke Points zu pushen. Also jetzt in dem Fall könntest du nichts machen. Also der Gegner könnte jetzt hinter dieser Kiste verschwinden, in dem Moment, wo die Wand eben in die Richtung des Gegners geht. Oder du läufst auf die Wand zu oder du läufst in die Richtung der Wand, um dann möglichst schnell auf die andere Seite zu gelangen, wo du aber auch leichter geholt werden kannst, weil natürlich deine Waffe dann irgendwann durchscheint. Schauen wir uns jetzt mal seine E-Fähigkeit Double Tap an. Ich lasse die einmal durchlaufen und danach erkläre ich, was passiert ist. Ihr habt richtig gesehen. Die E-Double Tap wird aktiviert. Ihr seht unten die Aufladung, die verbraucht wird. Dann, ähnlich wie auch bei Jets Dash, muss sich dieser Balken aufladen. Ist er aufgeladen, kannst du nach einem Kill oder nachdem du Schaden verursacht hast, das steht auch nochmal in der Beschreibung der Fähigkeit, eine Energiekugel abschießen. Das sehen wir hier oben. Diese Energiekugel, die schwebt dort oben und mit dem Abschießen dieser Kugel bekomme ich ein Schild. Deswegen haben wir auch diese lilae Umrandung auf der rechten und linken Seite des Bildschirmes, wodurch, und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, eine Instanz von Schaden komplett negieren kann. Sprich, das kann eine Race-Ulti sein, das kann aber auch ein Classic-Shot sein. Das heißt, danach ist unser Schild sofort weg. Ich müsste wahrscheinlich jetzt wieder Race-Killen oder Schaden verursachen, um die nächste Instanz der E zu bekommen. Denn die läuft aktuell noch durch, der Balken ist noch nicht komplett abgelaufen. Wahrscheinlich, also beziehungsweise genau wenn der Balken abgelaufen ist, bin ich nicht mehr in der Lage, eine dieser Energiekugeln zu erzeugen, wodurch ich einmal wieder unverwundbar werden kann. Und ich sage euch Leute, das sieht nicht nur im Trailer geil aus. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige One-Trick-Ponys, und da bin ja auch ich dieses Mal zum allerersten Mal wirklich an der Stelle, wo ich sage, ich könnte mir vorstellen, so einen Agent zu mainen, weil es sind so die Kleinigkeiten, die dafür sorgen werden, dass das Timing perfekt ist und du dem Gegner immer einen Schritt voraus sein kannst. Ich glaube allerdings, dass das sehr viel Flick-Geschick benötigt. Also du musst sehr schnell sein mit deinen Bewegungen. Du musst immer hochziehen, um den Orb einzusammeln, um dann weitere Kills zu machen. Aber das Outplay-Potenzial, das ist auf jeden Fall da. Kommen wir zu seiner Ulti, Kill Contracts. Seiner wohl stärksten Fähigkeit, obviously, ist ja auch die Ulti. Und so sieht sie auch aus, denn wir erzeugen eine Sphäre auf dem Boden. Und die erste Unit oder der erste Gegner, der getroffen wird, man könnte jetzt sagen, geht mit dir in den Gulag. Ich würde sagen, du gehst in die Morde-Kaiser-Ulti. Weil wenn du nämlich den Gegner tötest, dann ist der auch wirklich down. Ihr habt richtig gehört. Ihr zieht einen Gegner in eine Ulti, die dann so hier aussieht. Du siehst exakt, wo der Gegner spawnt. Der Gegner sieht, wo du bist. Der große Vorteil ist nur, er hat nur eine Barrikade und du hast zwei. Das bedeutet, du kannst dich positionieren, wo du möchtest. Der Gegner wird dich aller Voraussicht nach immer links oder rechts erwarten. Und du weißt genau, wo der Gegner herkommt. Das heißt, die Ulti ist natürlich besser für denjenigen, der sie ausführt. Nämlich Iso, so wie ich das aber sehe, ist das ein 1 gegen 1 Duell. Das heißt, wenn Raze jetzt Iso killt, dann war die Ulti umsonst. Und Iso verliert den Fight. Und Raze kommt aus dieser Sphäre wieder raus und gewinnt den Fight. Aber je nachdem, wie stark du gerade bist, wie aim sicher du bist, da kommen wir zu einem spannenden Fakt, über den wir gleich nochmal sprechen, sollte die Fähigkeit oder die Ulti auf jeden Fall zugunsten von Iso entschieden werden. Ich glaube einfach, wie ich auch im Intro schon erwähnt habe, dass dieser Agent frischen und neuen Wind ins Spiel bringen wird. Das sind sehr einzigartige Fähigkeiten, die wir so auch noch nie gesehen haben. Und auch die Ulti hat nichts mit bestehenden Mechaniken zu tun, weil sie ja mal gesagt haben, sie werden nichts Neues mehr ins Spiel bringen. Ich bin der Meinung, dass das genau das ist, was wir gebraucht haben. Vielleicht scheint es auf den ersten Blick OP zu sein. Wie OP das ist, werden wir dann im Laufe der nächsten Zeit herausfinden. Vielleicht werden wir ja alle bald die Möglichkeit haben, das mal anzutesten. Und dann wird es hierzu auf jeden Fall wieder ein weiteres Video geben, weswegen ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, meinen Kanal zu abonnieren und den Daumen nach oben zu hauen. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, kommentiert gerne mit eurer Meinung zum nächsten Agent, dem Agent Iso. too bad 你们这个故事可好了 你們這個故事可好了 你們这个故事可好了 你們這個故事可好了